Warte ich mal die Zorn mitnehmen. Aber... ...das können wir machen. Und jetzt noch mal dich. Und dann ist dein Gewehr. Ich bin überlastet. Schraubenflüsse ist so schwer. Ich bin nur angegriffen. Ich würde gerne raus. Schraubenflüsse ist so schwer. 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 Ich bin kein Freund. Nach der Aktion? Auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Schraubenflüsse ist so schwer. Wir haben eine Horde auf der Bewegung. Inkommen, clear the area. Und wir sind fertig. Enjoy your new smoking crater. Und wir sind fertig. Und wir sind fertig. Genau, ein bisschen zu fangen. Das war's schon. So, wo ist denn noch? Das ist einer, aber es muss eine Horde sein. So, sind wir jetzt fertig? Schauen wir mal. So, wo bin ich? Da ist der Waffennamen. Den wollte ich zum Aussichtspunkt machen. Äh, zur zweiten Basis quasi. Das war zu flott. Ich wollte schnell, aber nicht so schnell. Es war gut, dass ich, äh, dass ich mir keine Gliedmaßen brechen kann. Ich bin jetzt bis jetzt zumindest. Zum gebrochenen Beinigung kommen würden wäre er schon. Äh, ich bin ganz bescheiden würde ich sagen. So, die Sonne geht auf. Ich bin ganz bescheiden. Also, ich bin ganz bescheiden. Ich bin ganz bescheiden. Und es ist auch immer so, was ich habe. Das ist schon mal drin. Es ist wie ein guter Platz für einen Outpost. Wirklich? Bist du sicher? Ja, ich ziehe den Trigger an diesem Outpost. Das Urteil im Moment. Okay, wo muss ich hin? Freund in Not. Hau wohl hin. Außenposten 1. Pfeil bereit. Okay. I'm on the move. Roger that. Da muss man schaden. Na, ist die schon der Högplatz? Was ist das? Mayday, Mayday! Jawoll! Oh, ich habe Vertrauen erlangt. Okay. Lauf nach Hause. Komm her. Ja. Das ist unser Stress mit Freund. So muss das sein. So an. Wo hat man hin? Da hin. Und seine Hauptfähigkeit jetzt endlich mal holen. Ah, ist ja noch ein Auto. Oh. Oh, ich habe nichts left. Hi. Ja. Das Irrschtgebäude ist mir gerade ein bisschen egal. Und hier in dem Haus sind ja die Reste. Und hier in dem Haus sind ja die Reste. Ich glaube das ist eine Horde. Ich glaube das ist eine Horde. Ich korrigiere. Ich korrigiere. Da war noch mal das Blut. Noch mal eine Wisch. Ich bin jetzt auf mich. Aufmerksam. Ich bin jetzt auf mich. Ah, ich bin jetzt auf mich. Ich bin jetzt auf mich. Ich bin jetzt auf mich. Das ist ein Aussies Pond. Na, ich muss da irgendwie hochkommen. Das ist natürlich so eine Sache. Wie kommt man da hoch? Wo? Wo geht's lang? Ah, du. Wo ist Auto? Das ist wahrscheinlich hier hoch. Kann man natürlich mit dem Auto versuchen. Oh, Fitnessstufe 3. Wieso musste ich auch so weit vom Schuss parken? Ich stehe glaube sogar nach der ganz hinten. Jetzt könnte ich mir das Auto holen, um im Auto hinzufahren. Ja, ganz ruhig. Ich nehme den sportlich blauen da vorne. Ich erhole eigentlich meine Ausdauer über während des Autobahns. Gerade der Pastor, ne? Ja, ich erhole meine Ausdauer. Das ist super gut. Gerade der Pastor. Ja. 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 Die Frage, die muss ich mal ansonsten, von andersherum. Geil. Ich fahr jetzt nach Hause. Und hier noch. Vanala. Wir haben gerade ein Projekte gebaut. Gut, gut. Gut, 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 gut. Gut, gut. Das ist gut. Wie geht's? Lotte Zs, gerade hinter mir. Ja, der Topsichtöre, den haben wir noch nicht. Wir kommen später. Werkzeug-Experte erforderlich. Wirkung sinkt, ja, ja, jetzt sind alle runter. Fitness verbessert, verbündeten Schwierigkeiten haben wir gerettet, sinkende Erwartung. In der Armee hört man seit dem letzten Vorfall auch nichts mehr, hoffentlich bleibt es dabei. Verbündeten Schwierigkeiten. Den haben wir. Ah, dann ja noch. Ausguck haben wir geschafft. Überlebende Schwierigkeiten haben wir. Aggressions-Management. Ja, mit Ellen waren wir zu mir. Karen Talbert, Freak gesichtet. Ressourcen ausgeliefert. Kampffähigkeiten. Impressions-Management haben wir geschafft. Aufwaltung auf Grippe. Ich höre weiterhin von Grippe-Epidemien. Für eine ordentliche Medikamenteverordnung und anständige medizinische Einrichtungen sorgen. Mehr können wir nicht tun, hier liegen. Ja, wir haben viel Medikamente. Ja, ich muss euch nicht mehr finden, was wir auf der dritte 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 dritte. Okay, also nur der eine Parkplatz. Ah, Außenposten. So, zur Möglichkeit nochmal noch. Ich will die A-14 erweitern. Wir gucken mal hier raus. Läuft noch. Lief noch. Ich will wieder froh, ich fühle mich auf Distanz. So. Wo ist denn noch die... Das hier ist der Parkplatz. Oh. Ich will den nur noch kurz umparken. Dann nehmen wir noch den. Warum stehen die da auf dem Parkplatz? Ich muss den jetzt genau dahin parken. Ich muss den. Ich muss den. Das ist ein B. Das ist ein B. Das ist ein B. So, im Kopf. Jetzt nehmen wir erstmal den mit. Das wäre schon mal gut, dass wir so grob Sachen erfolgen könnten. Dann haben wir den Tuch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie man da hochkommt. Ich bin da rechts. Dann fahren wir mal ein Stück die Straße runter. Entschuldige. Nein. Dann fahren wir hier irgendwie da hoch. Nicht wirklich. Dann fahren wir da hoch. Dann fahren wir das hier. Dann fahren wir aus. Das ist ein Beispiel. Nö. Ja. Wie kam ich da hoch? Die Karte sagt mir auch nix. Zurück fahren links und gucken ob er da hier hochkommt. Hier gehts auch nix. Wie gesagt, dass wir da hochkommen. Eine Niche war schon drinnen. Den Kratzer ist auch drinnen. Nö. Das bin ich jetzt nix. Schieben wir lieber auf einer Straße. So, spielen wir mal eine RAC. Schöner Wagen, sieht doch aus. Ja ja, der Trugzüchtiger. Ich habe einen technischen Einfluss. Ich habe den Flick nicht geschafft. Macht nichts. Ist mir auch gerade irgendwie so ein bisschen egal. Ohne ein Bergzeug, wie auch immer wir an den dran kommen. Bergzeug-Experte. So, müssen wir nur mal schauen, wo wir den herkriegen. Gut. Okay. Okay. Okay.